Ich sprang manchmal ein bisschen weit weg und ein Blackout gehört manchmal auch ein bisschen dazu. Der olympische Gedanke. Dabei war auch Leinemann, Sie haben völlig recht, dabei sein ist alles der olympische Gedanke. Auch Leinemann war dabei, auch Sie waren dabei, meine Damen, meine Herren. Wir machen eine kleine Pause. Wir hoffen, dass wir uns bald wiedersehen, wenn Sie mitspielen wollen. Die Adresse haben Sie. Vielleicht sehen wir uns. Alles Gute. Ein wohlverdientes, schönes Wochenende und guten Abend. Alles Gute für Sie. Wiederschauen. Vielen Dank. Die letzte Gewalt ist einer der bedeutenden Western, die Regisseur Anthony Mann in den 50er Jahren schof. James Stewart spielt darin einen Kopfgeldjäger, der seinen Widersacher, dargestellt von Robert Ryan, über viele hundert Kilometer verfolgt. Ich wünsche Ihnen spannende Unterhaltung.